Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Shop Video hier auf meinem Kanal. Wenn euch diese Videos gefallen, dann lasst euch gerne ein Abo und ein Like, da würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und teilt auch gerne den Kanal mit euren Freunden, wäre auf jeden Fall extrem nicer Support. Und ich würde sagen, wir switchen rüber in Item Shop und gucken was dort heute alles drin ist. Wir haben die Skins natürlich wieder von gestern und von vorgestern, die Marvel Skins. Mit der Marvel Seltenheit auch, und zwar die Black Widow. Sieht ja eigentlich ganz cool aus, das Skin. Hat auch zwei verschiedene Stile, kann man sich für ihn verkaufen, wird wahrscheinlich auch ein bisschen seltener sein. Dann haben wir passend dazu die bis der schwarzen Witwe Spitzhacke. Sieht auch extrem cool aus, wie ich finde. Hat auch einen coolen Sound mit so Elektro. Und dann gibt es nach Widows Pirouette, ist auf jeden Fall cool. 200 Rebugs gehen dafür vollkommen klar. Dann haben wir die Spinnreiter Skins, sehen echt ganz cool aus, folgendes Backpack. Sieht sehr nice aus. Auch bei der weiblichen Skin Variante sieht das auch extrem cool aus. Lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Passend dazu gibt es den Netzfetzer, der ist auch reaktiv. Allerdings nur von einer Seite, wenn man die Seite anguckt, dann leuchtet da nichts. Auf der Seite leuchtet das Auge ein bisschen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, kann man sich auch kaufen. 800 Vibugs gehen dafür klar. Und dann gibt es noch Flugweber, auch ein cooler Gleiter. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann man gut kaufen. Ein Bräunungsspezialist ist auch schon Season 5 Skin, glaube ich. Ist jetzt nicht so mein Fall. Ich finde den nicht ganz so cool. Ich finde dafür, dass der im Prinzip nur eine kurze Hose und ein T-Shirt anhat, ist er zu teuer. Mit 1500 Vibugs lohnt sich dementsprechend nicht. Dann haben wir den Prismagleiter. Sieht eigentlich echt ganz cool aus. Allerdings kostet er auch 800 Vibugs für einen Standard-Gleiter. Ist das ja immer ein bisschen teurer. Muss dann halt schon gucken, ob man sich so etwas kaufen will. Aber die Eisbrecher-Spitzhacke ist auf jeden Fall eine coole Spitzhacke. Ab 500 Vibugs gehen dafür auch klar. Und er hat noch einen coolen Sound-Effekt. Im Vatek-Kommando finde ich jetzt nicht ganz so cool den Skin. Ich mag das Gesicht eigentlich von dem nicht ganz so gern. Generell die Farben sind jetzt nicht so mein Fall. Trotzdem finde ich den Skin eigentlich vollkommen in Ordnung. So Preis-Leistung mäßig. Und dann haben wir auch noch sexy Schräglage. Kann man auf jeden Fall coole Trick-Shots machen. Allerdings 500 Vibugs kostet er auch. Dafür, dass er im Prinzip nur das einmal macht. Nichts anderes muss man da schon überlegen, ob man sich so etwas kaufen will. Da haben wir den Schnipsi-Mode. Und damit, wenn man den als Thanos hat, dann gibt es sogar einen Special-Effekt. Dann leuchtet das so einmal richtig auf. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass wir das bei Thanos so ein bisschen geändert haben. Und ich würde sagen, wir gehen dann nochmal rüber in den Rette-die-Welt-Modus. Und gucken, was dort heute an Lamas so darin ist. Der wöchentliche Shop hat sich ja nicht aktualisiert. Das passiert immer nur donnerstags. Und ja. Im Item-Shop haben wir heute einen super Anhänger-Lama. Lohnt sich auf jeden Fall teilweise. Da kommt ihr immer drauf an, was drin ist. Ordentlich Überliebende häufig. Eben halt auch die ein mythischen Held ist hier auch noch drin. Also ich finde Anhänger-Lamas sind super Anhänger-Lamas. Das tun sich am meisten. Hier haben wir auch noch den Cola drin. Ist auch ein cooler Werfer. Kann man sich auf jeden Fall gut kaufen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann mit dem nächsten Video wieder ein. Und bis dahin. Ciao.